Alles Paletti, heißt es von der Baubezirksleitung Bruck an der Mur. Wir sind mitten im Baugeschehen für die Fertigstellung des Projektes Hochbahn-Knoten-Bruck an der Mur. Bauarbeiten schreiten, wie Sie auch schon erwähnt haben, zügig voran. Wir sind im Finale. Geplant ist, dass noch im Herbst der Bereich, der vierspurig ausgebaut wird, verkehrswirksam werden soll. Genauer Termin steht leider noch nicht fest. Es wird auch davon abhängen, dass erstens einmal die Straßenbauarbeiten fertiggestellt werden, die am Wiener Bödel, Bahnhofskreuzung, Anschluss S35 und S6 zügig voranschreiten. Die Amplanlage wird gerade errichtet. Markierung, Beschilderung ist auch in Vorbereitung. Und sobald alles fertig ist, wird für die Burkabevölkerung und auch für die Auswärtigen die Verkehrsführung ohne die Behinderungen, die während der Bauzeit aufgetreten sind, zur Verfügung stehen. Auch dem Bürgermeister von Bruck fällt ein Stein vom Herzen. Ein Großprojekt der Zukunft steht vor der Vollendung. Stolz? Sehr stolz. Es ist eine jahrzehntelange Forderung, ein Wunsch für die Stadt Burk gewesen, diese alte aufgeständerte Hochbrücke aus den 70er Jahren wieder zu schleifen und eine zeitgemäße, moderne Straßenführung zu bauen. Ein unglaublich wichtiges Infrastrukturprojekt für die Stadt Burk, Wenn man bedenkt, dass an dieser Achse der B116 auch die Wirtschaft, die wichtigsten Wirtschaftsbetriebe der Stadt Burk sozusagen dranhängen, dann weiß man um die Bedeutung. Es hat auch eines guten Stücksbeitrags der Stadt Burk bedurft, nämlich finanzieller Art, damit diese Brücke als architektonisches Symbol in die Stadt, wenn man hereinkommt, in die Stadt auch gebaut werden kann. Und wir werden diese Hauptbrücke auch versuchen, mit der Bevölkerung gemeinsam dieser Brücke einen Namen zu geben. Also wir werden die Bevölkerung befragen. Das wird sicherlich auch das wert sein, damit man auch hier etwas Besonderes erreichen kann. Und ich freue mich wirklich, dass schön langsam der Baufortschritt dem Ende zugeht und dass man hier wirklich etwas ganz, ganz Gutes geschaffen hat. Der Landeshauptmann-Stellvertreter Siegfried Schrittwieser konnte mit großer Freude vernehmen, dass sich in Burk wieder einiges bewegt hat. Was hier gelungen ist, hat sehr viel Professionalität dabei. Die Mitarbeiter, die Bauarbeiter, die Techniker haben mir viel geleistet. Und was ich verstehe ist, wenn bei einer Baustelle die Leute sich oft ärgern und sagen, mir soll das gehen und so und läuft das und das soll anders laufen. Aber letztendlich muss man eines sagen. Diese Baustelle, wenn sie abgeschlossen ist, wird der Stadt Burk ein Bild geben, was hundertmal schöner ist als das vorige. Und ich glaube, dass es auch zweckmäßiger sein wird. Und dafür freue ich mich schon sehr. Burk bewegt Menschen und diese bewegen wiederum Großes in der Stadt. Und ich glaube, dass es nicht so gut ist, dass es nicht so gut ist.